Feuchtes Erwachen Katrin wacht in einem pitschnassen Höschen auf und ein feuchter Fleck ist ebenfalls unter ihr im Laken. Dass sie bei ihrem neuen Freund ins Bett gemacht hat, ist der jungen Frau furchtbar peinlich. Wird die verfluchte Inkontinenz ihr auch diesmal wieder alles kaputt machen oder gibt es ein Happy End? Diese und noch viele lustvolle Geschichten mehr findest du frei zum Lesen auf unserer Homepage edition-aurum.de